Oh nein, da kommt ein Sturm. Blöd. Die haben alle gleich Feierabend, glaube ich. Oh, und die Wände sehen hier schon wieder mal aus. Aber eigentlich waren wir doch gerade beim Streichen von unserem Lager. Mit dieser Farbe. Die total hübsche Farbe. Oh ja, sieht viel besser aus, finde ich. Also, naja. Es ist jetzt nicht Weltklasse, aber deutlich freundlicher und heller. Warum ist der Kreis jetzt da? Wegen dem Schrank oder was? War der Kreis nicht gerade eben noch auf der anderen Seite? Jetzt ist der Kreis noch weiter da drüben. Klar. So. Finde, sieht gleich viel besser aus, das Lager. So. Den hier noch. Zwischendurch fällt mir übrigens gar nicht auf, dass irgendwelche Folgen zu Ende sind und neue Folgen anfangen, weil ich glaube, ich bin hier schon länger als sechs Minuten. Oh ja, jetzt ruckelt es wieder. Oh, komm, hier. Ich will das von hinter dem Regal betrachten. So. Ruckelt nur ein bisschen gerade. Ruckelt nur ein bisschen. Ist der Sandsturm. Ist der Sandsturm. Boah. Jetzt hat es wieder aufgehört. Aber okay, ich höre den Sandsturm hier drin tatsächlich mal nicht. So. Sieht doch gleich viel freundlicher aus, unser Lager. Nur diese pinken Säulen irritieren mich irgendwie etwas. Moment. Wenn wir die in einer neutralen Farbe streichen, wie schwarz? Mist. Da komme ich nicht ran, von hier aus. Ist das schwarz? Joa, das sieht schwarz aus. Okay, hier können wir also tatsächlich keine Säule streichen, aber die Säule kann man streichen. Von außen sieht das ja gut aus, aber von innen sieht das kacke aus. Ah. Joa. Da muss ich nur noch diese Säule da oben erwischen. Ne, das geht gar nicht, oder? Doch. Geht. Aha. So. Komischerweise endet die Säule da oben irgendwie so mit diesem... Nein. Hä? What? Nein! 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 Airschiffe, Farbwahl? Ne, geht nicht. Ich muss das Ding jetzt streichen. Und man kann das auch nicht abbrechen. Ich kann Escape drücken, passiert nix. Ich wollte das nicht schwarz streichen. Ach, Menno. Hot Pink. Ja, liebe Spieleentwickler, wie wär's, wenn man die Streich... äh, das Streich-Mini-Game abbrechen könnte, wenn man die falsche Wand gestrichen hat. Hat. Hat, 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 hat. Hat, 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 hat. So. Vor allen Dingen, äh, was, warum, warum ist der Streifen da in einer anderen Farbe? Nein? Kann ich den, kann ich die Säule hier nicht streichen? Doch. Ha, erwischt auch wieder völlig off das Alignment. Ich kann nicht sehen, wo der Ende, wo das Ende von diesem Balken da unten ist, am Bildschirmrand. Hier ist... Okay, die Säule noch. So. So. Und jetzt, äh, äh, komm hoch! Nein! Ach, so. Ja. Schön. Schön, die Säulen alle schwarz machen. Das passt dann auch zum Innen... Nein! Oh, oh, oh! Was soll denn das? Ich kann das wieder nicht abbrechen. Muss schon wieder nochmal streichen. Zum Glück überstreiche ich jetzt nicht irgendwas Pinkes. Aber warum ist da eigentlich so eine Holz neben der Steinsäule? Ja, toll! Jetzt hab ich mich auch noch angespritzt! Toll! Super! Hm! Ach, kann auch nicht angehen. Warum ist... Hä? Achso, die ist das. So, die streichen wir auch nochmal. Sup! So. Oh, oh, oh! Ich seh schon. Alle ruhen sich schon wieder aus. Wollen wir mal kurz übers Tablet. Ich bin ja ein, 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 äh, ein, ein moderner Chef. So, Hiroki, du gehst mal... Du machst mal Eiscreme. Ähm. Und dann, Kraftstoffstatus ist niedrig. Was? Jetzt echt? Ich muss wahrscheinlich auch mit Rudi schon wieder rumfahren. Was sagt denn... Was sagt denn hier der... Keine... Keine Sand... Keine Sandhügel? Nö, das ist kein Sandhügel. Okay, keine Sandhügel im Weg. Alles super! Alles ist wunderbar! So, hier. Viel Spaß mit ihrem Auto. Du auch nochmal. Einmal voll. Ah, nein. Kein Trinkgeld. Dachte eben, das wäre Hulk. Hallo, knall die Tür doch nicht so! Angen hier, die Lautstärke. Oh nein! Mein Sprit ist alle. Mein Sprit ist alle. Ich muss Sprit bestellen. Wir wollten noch Sprit bestellen, bevor der Tag vorbei ist. Lieferung. Kraftstoff. Hier, für 1,90. 500. Äh, 1000. Nein! Das können wir gar nicht leiten. 500? So. 100 noch dazu? Ja, komm. Hauen wir da dem Herrn Musk rein. Oh, 6 Leute an der Kasse. Da müssen wir eben kurz... Ja, kein Problem. Mayumi wohnt zwar hier, aber die hat Feierabend. Moment, die ist ausgeruht. Die hätte ich doch hier an die Kasse setzen können. So. Und ausgerechnet jetzt erwische ich einen Kunden, der 13 Artikel hat. Ja, mach mal hin hier. Wir haben noch keine Zeit. Ich muss Mayumi hier wieder, äh, wieder versklaven. Nein! Den hat er nicht gescannt. So, und einmal... Warum, warum klinge ich nicht auf den Monitor? So, Mayumi, du machst mal bitte Kasse. Riccardo, du machst mal bitte reinigen. Und Charlotte, du darfst... Nee, Moment, tanken wäre doof. Egal. Nein, Wasserdruck ist auch schon wieder. Was ist denn das hier? Also, eben war gar nichts und jetzt ist alles auf einmal. Komm, hier. Runter in den Gulli. So. Wasserdruck. Ja, der ist mal wieder voll am Anschlag. Ah, ah, nein. Au. Jetzt bin ich von der Leiter gefallen. Ich hab mir echt voll den... voll den Kopf gehauen. Immerhin ist hier gerade keiner. Aus und wieder an. Das ist auch so bescheuert. Warum muss ich das aus und wieder anmachen? Ja, kann nicht aufgetankt werden. Herr Mast kommt gerade mit seinem Luxustankwagen hier an. Wahrscheinlich läuft er einmal außenrum um den Wagen. Anstatt den kurzen Weg zu wählen. Einmal hier längs. Na, na, na? Ja, natürlich. Er geht den... Nein, er geht den kurzen Weg. Einmal durch sein Auto durch. Ja, ja, ja. Pack deinen Schlauch da rein, bitte. Na, na, na? Ja, ich weiß. Du musst ja erst da... Da. Schlauch ist dran. So. Kraftstoff. Wir haben wieder Kraft... Hüpp. Ich bin zu fett. Wir haben wieder Kraftstoff. Uhu. Ähm. Nerv nicht. Au. Au, ab. Hüpp. Weg mit dir. Sag mal. Kannst du mal vor meinem Besen ablassen? Kommt der wieder an der nächste? Hopp. So geht's. Äh, na, 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 na. Hallo. Mädel. Schade. Früher konnte man Herrn Musks Auto noch mit dem Besen bearbeiten. Jetzt... Ah, ich bin wieder zu fett für dieses Auto. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt geht das nur mit normalen Autos. Ja, ist ja gut. Jetzt hör doch mal auf zu hupen. Äh. Und du auch. Hör auf zu hupen. Perfekt. Zweimal perfekt getroffen. Ist der Mask jetzt fertig, oder? Nö. Ja, wir haben ja... Ah, okay. Neben der Tank... Ah. Einmal durchquetschen. So. Ja, ja. Kein Problem, Herr Polizist. Kein Problem. Gibt sofort frischen Sprit. Der ist gerade frisch angeliefert worden. Oh nein. Ihr Kollege will auch Sprit. Das gibt's ja nicht. Sie mussten die Polizeiverfolgungsjagd unterbrechen? Nein. Aber zum Glück ist der Verfolgte hier auch. Der muss auch nochmal auftanken. Aber der fährt dann hinter ihnen. Das macht doch nichts, oder? Nö. Ja. Wiu, wiu, wiu. So. Gut, gut, gut. Wann startet eigentlich die... Party? Wofür? Party steigt bald. Ähm. Oh. Äh, ich stehe im Weg. Yeah. Party. Party, Party. Woo. Ich stelle mich wieder auf meinen Stammplatz. Auf dem... Auf dem Feuerwerk. Woo. Aber die Partylichter sind irgendwie überhaupt... Moment, ich muss auf dem Feuerwerk stehen. Yeah. Woo. 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 Alter, das kann ich aber nicht. Ich kann keinen Überschlag machen. Vor allen Dingen, der ist doll der Breakdancer da. Guckt euch das mal an. Yeah. Woo. Woo. mit den Händen. Rotti! Sorry, ich muss korrekterweise mit Getränk in der Hand stehen und tanzen. Weil man darf sein Getränk ja nicht mehr aus den Augen lassen, da könnte ja irgendjemand K.O.-Tropfen reinpacken oder so. Oder andere Drogen. Ah, das Feuerwerk, das ist schön prickelnd. Oh nein, jetzt hab ich mal ein Drink aus der Hand gelegt. Jetzt könnte da jeder irgendwas reinmischen. Was? Aber gleich, gleich geht's weiter. Mit dem Bass. Oh, gleich, gleich, gleich kommt der Höhepunkt des Songs. Der Drop. Und... Und immer schön den Mund aufreißen dabei. Oh, ich bin jetzt noch ein bisschen schwindelig vorm Tanzen. Ah, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Uh, ja. So, gut. Party ist vorbei. 13 Menschen, 5 Körbe und... Die wollen gar nicht gehen. Die wollen gar nicht gehen da. 242 Popularität. 36%. Die wollen nicht weg. Ja. Gut. Nächste Party in 43 Minuten. Äh. Müssen wir mal... Haben wir davon irgendwas? Nö. Oh, den haben wir. Whisky haben wir. Den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Den haben wir auch nicht. Okay. Wir müssen mal bestellen. Ähm. Ich mach mal wieder ein Foto. Upp. So. Ja, ja, bitte stillhalten. Was? Keine Fotos oder Videos? Hä? Ich hab grad ein Foto... Ach, blödes Handy. Okay, nochmal. Foto. So. Foto antippen. Eröffnet das Foto. Ja. Drehen wir das mal bitte? Ja. Kann man auch erkennen, oder? Kann man erkennen. Kann man erkennen. So. Kurz mal... Ähm. Ist warm hier irgendwie. So. Was brauchen wir? Lieferung. Produkte. Äh. Snacks. Wir brauchen... Was ist das? Popcorn. Popcorn brauchen wir. Eine Packung. Äh. Wo brauchen wir noch? Wir brauchen super... Was? Äh. Kippen. Super Blend. Machen wir auch sieben Stück. Cowboy Hat. Gut. Cowboy Hat. Brauchen wir... Sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann haben wir sieben. Äh. Und... Toppie. Erfrischungsgetränke. Toppie. So. Äh. Ich glaube, ich müsste auch mal... Kippen. Ne. Kippen hab ich... Kippen haben wir bestellt? Komm, Handy, geh aus. Dass das Handy auch einfach nicht ausgehen will. Gut. Äh. Was brauchen wir noch? Ne. Spielzeuge und Gebäck hatten... Zeitung. Zeitung. Nehmen wir den Sportstar. Some News haben wir noch. Homecooking haben wir noch. Kreuzwortpuzzle können wir nochmal nehmen. Oh, den auf jeden Fall. Und Bohem Daily, natürlich. Wer Bohem Daily nicht gelesen hat, der ist von gestern. So. Dann warten wir jetzt nur noch auf die Lieferung. Und dann Eiscreme gründen an Kraftstoff. Äh. Ausruhen. Reinigen. Kasse. Eisstand. Sure surge everybody. busca oh yeah. Oh yeah. I like that sort of thing.